Hallo Freunde des Gasthofs Schmiertl, wir wollten euch einmal zeigen, wie es bei uns im Homeoffice so ist. Irgendwann ist das Homeoffice auch mal aus und dann machen wir Sperrstunde. Sperrstunde, Kohlge, bitte trink aus. Kannst du eh nicht mehr, komm her, trink dir das aus. So, Kohlge, bitte geh heim. Kohlge, bitte bis morgen im Homeoffice, gell, brav bleiben. So, alles wegräumen. Im Homeoffice ist gar nicht so einfach, dass wir noch immer in der Übung bleiben. So, habe ich jetzt alles gemacht. Ich habe die Registrierkasse angetragen, ich habe die Speise als Licht angetragen, ich habe vorn zugesperrt. Irgendwas habe ich vergessen. Würde euch so wichtig sein, nicht? Mein Gott, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte mich verabschieden von euch und wollte euch noch einmal sagen. Schaut auf euch, bleibt gesund und dann schauen wir wieder auf euch. Glückwunsch Video im Homeoffice Und in der slappe, wir könntenดur aus, wir könnten sagen, dass ich, weil das irgendwann mal ver réuss ging, Vielen Dank.